POTATO AIME Na, wie geht's dir? Was? Was? Was du da eigentlich machst? Hey, kannst du mir einen Hitcard geben? Also, schuldig mir noch eine Nach der Aktion gerade Du hast mich ausgewacht Ich bin einfach da unten drauf geholfen Warte mal Das hast du gar nicht Du kannst du nicht aufhören Wir müssen immer weiter machen Leider ja Leider geil. Wie kann ich denn jetzt genau eine Karte auswählen? Äh, rechtsklick. Ja, das geht irgendwie nicht. Ah, doch, da. Hab's. Äh. Äh. Danke. Damit hast du mich sehr glücklich gemacht. Warte, ich baue mal Grapes ein. Uiuiui. Ich find das Ding so geil. Wir müssen es fertig bringen, das Ding einmal komplett in die Map zu bauen. Oh, okay. Direkt übertreiben. Äh. Was ist denn da? Warum hast du es weggemacht? Weil die für den Start dort oben stört. Ich bringe erst mal hier in das System hier, in das Kistensystem. Oh, warum hast du das denn da? Ah, warum ist das denn da? Ah. Wo haben wir auch die, die Hake, hast du die Hake? Selbe der Hake. Ja, kann sein, dass ich die noch hab. Ah, da kann ich mir grad eine Hake geben. Ich brauche mehr von den Schienen. Ah, ich brauche hier noch grad das Feld zum bisschen. Wir hören da gleich auf. Hören wir eh nicht, aber wir hören da gleich auf. Man kann halt einfach so viel hier machen, das ist so geil. Ich brauche trotzdem hier so mehr von den Schienen. Die Hake tue ich jetzt in die Kiste mit den Samen rein. Ich frage mich, wie lang dieser Schwung reicht, die wir da haben. Willst du mal nach ihm mitkommen, paar Bäume fällen? Äh, gleich, okay? Ja, doch. Oh, ich komm doch mal nicht. Wie geil. Meine Kuhmitglieder machen das Schiff sauber. Der hat einer Besen in der Hand. Ja, 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 ja. Das ist Zucht und Ordnung. Alle würden da ihr Leben für mich, äh, für mich lassen, ne? Gleich aber ein guter Käpt'n wird. Ich erspare mir den Kommentar dazu. Ich verspare mir den Kommentar dazu. Also, das ist echt so schlimm, dass wir die ganze Zeit weiterzocken. Hallo? Ja, ja. Hä? Ach, hab ich den wieder weggemacht? Oh, wie dumm. Ich hoffe, ich brauche das nächste... Gott sei Dank. Ja, 11.000, nee, 12.000 auf der Hohen Bank bei mir. Und ich habe noch eine Dose von den Grundnahrungsmitteln. Dose von den Grundnahrungsmitteln. Was ist immer noch? Und am Anfang ist es Versorgung. Das weiß ich nicht. Scheiße, ich bin nicht. Ich bin dir schon. Egal. Oh. Ich musste gerade den Untergrund ein bisschen abhauen, weil... ... stößt man sonst dagegen. Wo denn? Äh, super lang. Ich habe aber... Das Problem habe ich behoben. Achso, okay. Bist du so langsam jetzt gewesen? Soll ich den Schwung? Äh, nein, 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 nein. Ich habe gar nichts genommen. Okay. Ey, guck mal hier, guck mal. Ah. Das will? Ja, ja, warte. Nein. Au. Was ist das jetzt zu sehen? Das ist ein Dreiersprung. Nein. Ah, du kannst in der Luft springen. Oh, ich denke, okay. Ah, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Ah. Oh, okay. Das war Spaß. Ich weiß. Oh. 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 muss man den weg zurück testen also von der haus aus bis hierhin soll ich testen? ja aber gleich kannst du es machen warte es wird hier eh gerade noch wissen hattest du Arthur geantwortet als er gefragt hat ob du kommst ja und was hat er darauf geantwortet? du kennst doch Arthur nichts achso ok los komm doch wieso ist das so ein classic? kannst du es testen eh moment das was bis jetzt existiert ja moment man komm eh ich test es test es test es test es ich höre dich weh 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 oh ho 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 wie geil das ist das der Fluchtblick falls wir stell vor die Basis wird angegriffen Kometeneinschlag was weiß ich aliens greifen die Pinguine rächen sich weh 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 wir weh weh Stell mir vor, du baust das Ding so über eine riesige Schluft und das Ding bleibt einfach über der Schluft stehen. Das wär nicht gut. Ungefähr so wie bei mir jetzt, nur dass es da unten weit runter geht. Hilfe. Das wär nicht gut. Könnt ich mir vorstellen, dann hab ich gehört es. Was brauchst du jetzt? Soll ich dich abschneiden? Ach, das ist ja geil. Du musst ja nicht mehr die ganze Zeit rechte Maustaste gedrückt halten. Glaub bis der aufsitzt. Ja, genau. Dieser Weiche ist auch interessant, da würde ich gerne wissen, was man damit genau machen kann. Wenn du damit runter in Mienen bauen kannst, alter. Ich entleere jetzt mein Inventar und dann werde ich die Aufnahme mal beenden. Das sagte ich ungefähr vor einer Stunde schon. Macht aber auch einfach zu viel Spaß. Es ist wirklich so, es macht unheimlich viel Spaß. Teleporter-Kern, hast du den irgendwo aufgehoben? Äh, ja. Wo? Äh, hier oben bei den besonderen Kisten. Haben wir also von denen, da haben wir echt viele. Ich wünsche, wir hätten von diesen Ein-Kühlzellen da so viele. Das wäre neu. Ähm, hier ist noch der neue, die neue Trophäe ist noch gar nicht hier mit drin, ne? Die, die wir aufgenommen haben gegen diese Spinne oder was, ob das war. Ne, die haben wir abgegeben an Easter. Oh Mann. Das ist, äh, das bräuchten wir eigentlich um das Portal zu öffnen, was jetzt eigentlich schon geöffnet ist, aber... Deswegen hätten wir es ja behalten können als Trophäe. Nein, geht nicht, das ist kein Trophäe, das ist einfach so ein Ding, das kannst du nur abgeben. Oh Mann. Okay. That's how the game works. Trotzdem geht es wirklich langsam zum Ende der Aufnahme. Ey, das halte ich für ein Gerücht. Ne, diesmal nicht. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. What? Und nach dieser 6 Stunden Session... Eigentlich mittlerweile schon 7 Stunden. Natürlich müsst ihr das auch 6, 7 Stunden lang durchgeguckt haben. Äh, wie keine Formen. Alter, ich bin so müde mittlerweile. Äh, ich muss noch gar was machen, hier. Das Schlimme ist einfach... Was passiert hier gerade? Ich höre die Musik bei dir einfach nicht. Hm. Ne, ich höre bei dir nichts. Okay. Ich glaube doch, du fahrst mich noch. Ne, wirklich nicht. Das kannst du ungefähr in 2-3 Wochen sehen. Okay, dann... Ich sag jetzt einfach... Ja, ich wollte jetzt für wieder sagen bis zur nächsten Folge, aber naja. Mal sehen, ne. Entweder bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Cut. Oder nie wieder. Vielleicht auch das. Bei der Kanal vielleicht. Ja, das glaube ich nicht. Eher halt... Vielleicht hast du in einem Monat gar keinen Bock mich zu zocken, wenn es wieder so weit wäre. Das halte ich für ein Brück. Okay. Ciao Leute. Ja, bis später. Aufnahme läuft jetzt auch. Ja, sie läuft schon. Aber wir müssen erstmal schön ne fette Begrüßung machen so. Ich habe ja vergessen, ob ich sterben kann. Stimmt, da war ja was. Wo bist denn du? Wo ist der? Ich bin auf dem Lamsack wegen der nach oben. Ah. Wer ist der? Ist die unendlich oder musst du die ganze Zeit beladen? Die ist unendlich, aber geht nicht unendlich weit. Nein, 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 nein. So tief geht das. Nicht noch tiefer? Geh mal hier runter. Ah, jetzt hast du verkackt. So weiter geht es nicht. Ah, ziel ich helfe dir nicht. Bist angekettet an dieses Haus. So wollen wir nicht, sagen wir mal wirklich so Hallo sagen, so bekingen? Was soll man denn sagen? Hallo. Hallo Jorun Söhner. Kauft unsere Merch. Was für Merch? Wir haben gar keinen. Pssst, da hat doch nicht unser Geheimnis. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starbound. Die erste offizielle Aufnahme, die ich jetzt für den Kanal Simox betreibe. Damit auch alle Leute, die es geschafft haben, auf diesen Kanal wieder zu wechseln. Wenn das überhaupt wirklich geabredet wird. Und falls es jetzt nur neue Zuschauer sind, guck doch mal die alten Folgen. Stimmt. Jaaa. Du siehst ja gar nicht, wie wir hier zugekommen sind. Der Satz war jetzt so schwierig, dass ich ihn extra langs besprechen musste. Boah krass. Du bist scheiße. Fängt ja wieder gut an. Auf jeden Fall. Ist wieder klar, dass wir jetzt vier bis sechs Stunden aufnehmen werden. Jaaa. Nein. So ähm. Richtig geplant für heute haben wir nichts. Also ich hab so ein bisschen was. Ich wollte hier eigentlich so ein bisschen an den Gleisen weiterbauen. Achso. Jaaa. Das heißt wir brauchen mehr von diesem DAS-Spiel. Weiß nicht was. Hey guck mal. Weißt du das ist doch schon aber dreifach sprungen. Ach ja. Okay. Wir müssen aber auch mal die neuen Planeten besuchen. Lol. Der Schuss hat sich einfach in der Luft bei mir aufgefangen. Cool. Ist einfach stehengebebe. Was? Komm schon ich hab das noch. Komm schon. Nein. Schau. So. Going goes. So. Ir Seite. Bis zum nächsten Mal.